Soja, und wo gehen wir jetzt hin? So, ich werde der Map nochmal schauen. Wo sind wir denn da? Da sind wir. Das ist der Name, das er schaltet. Für diese Schwertlegende, die Fähigkeit geistert. Das ist geistert. Okay. Mit dem. Da sind wir da. Das machen wir. Da müssen wir eigentlich um. Zwei Jagdherausforderungen. Tötet fünf Geflügelte. Und Tiere. Boah. Das sind wir da. Naja, wir werden da noch überall vorbeikommen. So. Wo müssen wir hin? Also, was haben wir da gebraucht? Die Blauen. Haben wir da was in der Nähe? Nein. Wo gehen wir hin? Das klingt ja arg. Hast du das gehört? Nein, du hast mich nicht gesehen. Auf können. Unabhängig. Nein. Ich schau auf. Ich muss immer Drakoner, dass ich immer ganz aufziehe. Und gestern ist er dann ... boah. Enthauptung. Hinrichtung meine. Ich halte dich! Schiff? Ja genau. So. Darüber muss er. Die kämpfen dagegen irgendwas. Fettes wahrscheinlich. Da ging den Hund. Yeah! Was? Bewege das Symbol in den Geisernern und drücke die angezeigte Taste, um zu beherfen. Yeah! Drücke links zum Angreifen schlägt Feind nieder. Drücke und beißen zu den niederschlagenen oder um. Achtsamen Feind. Ein gewisses Gesundheit halte gedrückt, um auf keinen Falle zu Wechsel schießen. Angriff hier oben auszuführen. Okay. Drücke. Mit der schnau hat man? Ja, das ist richtig. Drücke auf die KB-Masch. Drücke. 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 Ich denke, ich schätze. Fressen wir, ja? Der stinkende Feigling ist weggerannt. Wer hat mein... ...Tier gekillt, mein Karagor. Ach du mehr, du Sau. Stirb. So. Und jetzt, super. Wie kommen wir da wieder rauf? Mein schöner Karagor. Ah, so natürlich. Ich habe etwas in den Schatten gesehen. Das könnte der Waldläufer gewesen sein. Okay, gar nichts zu sehen. Weht nicht. Kann er sich aufschießen vielleicht? Ah! Hey, hey! Wo ist er hin? Wo ist er denn hin? Ich fahre mich wieder. Oh. Er lehrt aus dem auszuweichen. Warte. Zwei Schüsse. Zwei Schüsse. Zwei Schüsse. aufgeladenere Schüsse. Danke, Daniel. Wie das funktioniert, hä? Wir können die Karagor nicht treiben. Der Grabwandler muss irgendein verleistern. He, 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 he. Das mit den Binnen ist ja genial. Ein benötigtes Kraut in der Nähe. Ich werde zu beschädigt damit sein, meine eigenen Opfer zu zählen. Na gut. Wir werden sehen, wir haben Ende. Sehr gut. Herausforderung abgeschlossen. Und mehr Blutkleb gewinnt. Die gelben, weißen und blauen. Oh, oh. Schleichen wir uns ran ganz leise. Wir gehen die Vorräte aus. Duratang. Die Festung Gondor, die in Uldum nach der Vernichtung sauer und durch das letzte Bündnis errichtet wurde, Duratang bewacht, Garach, Angren und die dahinterliegenden Landen und über 1000 Jahre war die Festung von Waldläufern bemannt. Die durch Uldum patrouillierten Zermürbung einfallender Horden von Ostlingen und die große Pest aber schwächten die Ringe nach und nach. Okay. He, Waffen? Alter, schon wieder was? Äh, schon wieder neige Runde oder was? Schaust 43% Fokus zu regenerieren, wenn ein Kopf zum Platzen gebracht wird. Mallo. Mallo. So, zwei Punkte hab ich frei. Und, uh, da haben wir ja auch schon einen Haufen. 640 brauchen wir da. Elbengeschosse. Ein Schwertrunnenplatz. Einen Dolchrunnenplatz kommt mir noch ein nimmer. Noch ein. Aber es war für Dolchrunnen. So. Zwo. Noch eine. Ja, sehr fein. So, was haben wir da jetzt drinnen? Töten eines Hauptmannes oder Häuptlings steht Fokus und Gesundheit vollständig wieder her. Ja, okay. Stellt bei Schleichttötung Fokus wieder her. Schleichttötung mit der Fähigkeit Theorisieren ruft zusätzliche Furcht herbei. Äh. Hoppla. Ja. Das nehmen wir mal. Was haben wir da noch? Stellt bei jeder abgeschlossenen Aufzehrung oder Brandmarkung 19% passen wir nicht wieder her. Wie auch immer. Ah, da auf der Seite sehen wir sogar Werteübersicht. Aha. C, D, C, Y. Aha. So, weiter geht's. Ui, da ist irgendwo ein Bogenschütze. Wir haben gesehen. Damit. Einer der Sklaven sagte dem Sklavenmeister er sei zu müde zum Arbeiten. Hoffentlich hat er ihm dafür die Zunge herausgeschnitten. Er hat ihm die Beine abgehackt und ihn von den anderen Sklaven herumschleppen lassen bis er ausgeblutet war. Schleicht hier jemand da raus. Ach. So. Ich brauche eine höhere Position. Ich habe gehört, wir sind woanders hingeschickt, aber wir sitzen immer noch hier fest. Ja. So. Okay. Was ist der Sterne? Bumumum, der Faulige. Von dir, Gnade, du bist große Wanne, wer im Rennen weiß. Ja, töten wir ihn halt, ich will zwar noch was rausquetschen, dann ist er mir aber wurscht. Na? Sieben nach, danke. Boah, du Sauhund, du. Komm her, da. Komm her, da. Komm her, da. Komm her, da. Du kommst nochmal oder was? Ich brauch ja was zum tun. Da komm her, da. Leuchtfeuerzünder, da. jetzt schlagen wir sie durch, oder? Boah, haha! Du willst ein Malmst gar nicht mehr. Ich nehme sie mit euch alle auf. Oh, die fahren ja immer mehr. Kommt sie nicht mehr her. Das ist eine Festung. Ja, ich nehme sie mit der Frage auf. Und der Nächste. Kommt sie nicht mehr alle zu mir. Ich bin ein Arztlmann. Und der Nächste. Das werden immer mehr her. Ich bin ein Arztlmann. Ich bin ein Arztlmann. Ich bin ein Arztlmann. Nichts, aber... Ich habe hier nicht das Käse. Oh, Shit. So prüchend mein Kombo. Ja doch, es werden weniger. das ist dann komm Danke. Wie ist alle auch eine feigen Säcke? Jetzt ist man da hinten vielleicht nur die Glühfüll holen und da dann... Ah! Steuerung, Information lesen. Schwächen und Stärken bekannt, Schwächen und Stärken bekannt, bekannt, bekannt. Entdecken wir halt an Leichen, ist ja wurscht. So. Das da braucht man auch. Was kriegen wir da? Oh, die Sonderzüge werden will eigentlich. Geschwärt. So, jetzt habe ich aber keine Geschosse mehr. Jetzt kommt schon wieder so viel. Oh, shit. Jetzt sind die Opfer. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit.